willkommen zurück im gothic sektor der krieg tobt ohne ende und wir haben das auge der nacht gefunden auf einer raumstation hier im get's main webel ja auf geht's nach onsbild und dann auf geht's angriff auf eine raumstation wo das auge der nacht sich befinden soll und ja wir haben ja keine wahl wir brauchen das um den abaddon zu besiegen weil ihr seht sieht richtig scheiße aus zurzeit auf geht's wir haben für 600 punkte ja super das ist das nein nicht ich du gehst weg hier war es für die großen dicken und noch 300 punkte dann von den sortfreakten noch welche und noch einen von den kleinen dicken ja welche wir nehmen die beschützerin von tarnett mit sind bereit admiral the enemy is entrenched behind a line of orbital defense platforms we have to destroy these defenses before we can effectively fire on the station i don't fear the heretics defenses sir let me lead a direct assault on the space station captain abridor let me remind you that i am the commander of this fleet not you we will proceed as i have directed na dann wir sehen schon eins zwei kleine raumstationen dann die große werden wir auf jeden fall den dominator mitnehmen ja genau der geht dann hier direkt in den nebel rein nee 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 um von da aus sein geschütz abfeuern zu können ja dann der kreuzer und der kreuzer die werden zusammenarbeiten und meine sortfreakten bilden eine zweite schwarze zack habe ich nie ich habe keine jäger mit gut dann nicht so sollte erstmal theoretisch den heben wir uns auf hmmm das heben wir uns auch auf hier machen wir eine nachladen damit die nova kanone öfter feuern kann und dann sind wir bereit mal kurz in den taktischen kompetator gehen mal kurz in den taktischen kompetator gehen mal kurz in den taktischen kompetator gehen der hat gar keine unterstützungsflotte ist es nur diese scheiß raumstation aber das geht doch die sortfreakten so schnell wie möglich dahin die versuchen einen frontalangriff auf die da zu machen zu 3000 damit die erste aus unserer bewaffnung machen dann frontal Link Auch auf 3.000, weil wir wissen ja, Chaos ist gut auf Entfernung, ne? Der kann schon mal einen Schuss mit seiner. Oh, mal was, wo ich nicht rankomme mit meiner Nova-Kanone. Das ist ja was ganz Neues. Feuer. Feuer! Schieß! Hallo? War der jetzt schon geschossen? Ach, der muss jetzt mal aufladen. Dieser Scheiß, dann. Das sind doch gegnerische Schiffe. Eins mindestens. Eins sehe ich jetzt. Gut. Ihr ordentlich? Wir sind die Imperial Navy. Und der scheint seilig zu haben. Vor allem der Schlachtkreuzer. Schiff, ready. Nur ein Kreuzer. Hm. Kommt so ein Tumpfluss an sowas ran? Puh. Tack. Oh. Und zack. Echt nur ein Gegner auf der Kreuzer? Das wäre natürlich ein Vorteil. Resumieren normalen Funktionen. Aktivieren taktische Kogitator. Verzeihung. 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 Perfekt. Verzeihung. Treffer. Geht auch mit dem in den Kampf. Nein. Aktivieren taktische Kogitator. Geht auch mit dem in den Kampf. Geht auch mit dem in den Kampf. Ich habe euch noch Befehle gegeben. Ihr Pfeifen. So, das wollte ich nicht mehr waffen. Geh es mit da hin, jungen. Wir werden erstmal diese seitlichen Stationen vernichten, probieren wir jedenfalls. Und dann geht es direkt auf das Hauptziel. Nova-Kanone ist wieder fertig. BAM! Und dann nehmen. Eindrehen. Und yes. Das ist deine Kommande. Das ist die Zeit, ich denke. Bäh. Du, die normalen. Wir haben die Traitern auf der Runde, Admiral. Die Chaos-Fleet hat sich überrascht. Du bist frei, um deine Feuerwehr auf die Stationen und die Plattformen der Sprechung. Was sind da noch welche? Blöd. So. Bei meinem Glück sind nämlich die komischen Dinger, die wir suchen, auf dem. So, da geht es erstmal da drauf. Gehst auf 9000 frontal. Dann kann ich meinen Lola können, wenn man jetzt aufschließt. Das haben wir auch gleich. So, wieder einer weg. Jetzt greifst du da an. Das erweitert sich immer wieder. Da unten können nichts auf mir. Und zack. Ja, Admiral. Trotz Endung. Cool. Eigentlich weil es geht aus Patär hier weg, weil der kriegt das Tierrück auf die Ömme. Der so schön die Schwerbe schädigt. Oh, danke, seid ihr doch. Wenn die alles sagen. Den lassen wir abhauen. Ja, und da ist hier auch nicht zu breit und dort. Du hilfst ja nicht. So, unseren leichten Kreuzer haben wir gerettet. Ich überlege, ganz ehrlich, den Kreuzer mit der Nova-Konon auszutreuen. Weil der ist einfach... Naja. Ich bin jetzt nicht so irgendwo zurück. Haben wir doch unseren Kreuzer verloren? Ne. Tatsache. Es wäre beschädigt, es wäre beschädigt. Hm. Merke. Doofe Idee, so nah an der Raumschütze zu sein, wenn sie in die Luft fliegt. Ja, das hatte ich natürlich nicht bedacht. Ich sende die Augen der Nacht nach Portmore. Und von da, beyond the Gothic-Sektor. Ich meine, um zu ensures, dass der Relic forever aus Abaddon zu kommen ist. Genau. So, unser Problem bleibt, wir haben drei verlorene Welten. Jo. Und bald sind es vier, wenn es weitergeht. Hier sind Älter und Orks. Und hier sind ein Durchbruch. Gegen Imps. Meuchelmord gegen Älter. Und Durchbruch gegen Orks. Und was ist das hier? Meuchelmord. Hm. Sind alles Basis-Welten erst mal? Das ist schon mal gut. Hm. Gegen wen gehe ich jetzt auch? Äh, ich werde mal wieder gegen Älter gehen. Auf nach Platea. Dass ich wenigstens eine der Piratenbanden im Griff habe. Halbwegs. Können wir weitersehen. Äh, meine Agenten haben einen hochrangigen Offizier entdeckt, der erledigt werden muss. Finden Sie das Zielschiff und vernichten Sie es. Der Auftrag ist klar. Älter beschnetzeln. Und die Belohnung 175 im Fall eines Sieges ist auch okay. Also machen wir das dann. Aber ich es wieder vergesse. Auf nach Portmore. Weil unsere Schiffe wollen ja alle nicht. Die sind ja kaputt. Und ich habe Stufe 5 erreicht. Ich kann mir einen Schlachtkreuzer freischalten. Das ist ja cool. Also schalten wir uns den mal frei und mal gucken, was es gibt. Zwei Stück. Gut, das hätte ich jetzt ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen? Mehr erwartet. Der hat Lanzentürme und Plasma-Makrobatterien. Ein Fangkampfschiff. Das ist jetzt überraschend. Okay. Na, kommst du her. Der hat Nova-Kanone, Lanzenturm, Start- und Landebucht und Makrobatterien. Mhm. Mal zwei, mal vier, mal zwei. Äh, der perfekte Zeitpunkt. Endlich mal Flieger reinzubringen. Also werde ich wohl die Mars nehmen. Mhm. Die Nova-Kanone finde ich halt kacke. So, den will ich auch da den Dominator eigentlich austauschen. Äh, also erst mal den hier austauschen. Ersetzen. Hm. Neh, ich will nämlich lieber so einen mit Landebuchten. Ja. Mit Makrobatterien und das. Oder... Äh, ist ganz schwer. Ja. Lanzenbatterien und Makrobatterien. Hatte ich den Schweine-Luna? Der andere ist auch ein Luna. Aha. Tyrant. Plasma-Makro und Makro. Makro und... Ja, Nova, danke auch. Lanzenbatterien. Kreuzer nur mit Lanzenbatterien. Der auf 6.000 alles platt macht. Hm. Trifft auf jeden Fall immer. Jetzt hätte ich lieber eine Mischung. Plasma. Makro. Makro. Lanzen. Ja, aber den Luna noch... Ach, ich will nicht zwar den gleichen haben. Ist doch doof. Hm. Aber nur Lanzen möchte ich auch nicht haben. Total schwer. Ah, hier bin ich Gothic-Kräuser. Ach, das hat's ihm beschädigt. Okay. Ist jetzt doof. Und Prior Repairs kann ich mir auch exakt nicht leisten. Er hat vier. Oh, geil. Nehme ich noch hier den... Overlord. Puff. Zufügen. Ja, das ist doch mal ein schickes Schiff. Auch drei Fertigkeiten gleich von Anfang an. Cool, cool, cool. Das Problem ist halt... Ich brauche einen Zug, ne? Hä, einen könnte ich reparieren. Ja. Hm. Würde ich den hier... Ne, Quark. Quark, zurück zum Plastik-Sektor. Mache ich nächste Rund. Ich gucke erstmal, wie viel ich bei den Eldern gewinne. Äh, da, da, älter. Meuchelmord. Und los geht's. Älter-Schnetzeln. Oh, das waren meine Hände. Knack, knack. 450 Punkte. Mhm. Also ich will auf jeden Fall den Overlord einsetzen. Um ihn auszuprobieren. Und wie wir schon beim letzten Mal gemerkt haben, mögen Älter keine. Ja, Skrutschiffe. Also nehmen wir so viele Skrutschiffe wie möglich. Hammer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sollte reichen. Ist auch nicht schön. Ah, ich hab mich verliebt. Hm. Der Elder hat auch ein großes Schiff. Das Problem ist halt, man hat wirklich nur drei Minuten Zeit, diesen Kackhaufen von einem älteren Schiff kaputt zu machen. Machen wir zwei Gruppen aus Zordfregatten. Zordfregatten. Zack. 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 Nee, reparieren nicht automatisch. Aber älter können wir das ja automatisch machen. Weil die haben ja keine Schilde, wo das aufgehalten werden kann. Und sie haben ja diese 100% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie Gritsks kriegen. Zack. Zack. Wo ist er denn? Ist das ja das Ziel? Ne, doch, das ist das Ziel. Macht er das Ziel im Einzelnen? Los. Erwachsenen. Erwachsenen. Ist immer vergessen. Ziel. Nein, du sollst hier auf 12.000 den Platt machen. Ist es rangehend in den Meldern. Die kommen zu kaufen, so das ist auch nett. So, erst mal das hier als Ziel. Weil, wenn sie ihre scheiß Holofeldung nicht haben, sind sie noch mehr Beute als vorher schon. Und er hat diese, ich mache eine 180 Grad Wende und nicht kostet das nichts, Fähigkeit. Schön. Oh, weil der nicht durch, nie durchfällt. Oh. Kleine Elder-Pussis. Aktivieren die tactischen Kogitators. Ne, kann ich eh nicht ausweichen. Also, scheißegal. Äh, gleich Feuer. Deine Orte. Ship ready. Deine Orte. Den hatte ich in Auftrag gegeben. Scheiße. Äh, äh. Ihr seht der heute ab. Aber das Problem ist, der, man friert sich da immer in der Ecke. Das macht der irgendwie jedes Mal der Computer. Ich weiß nicht warum. Jetzt steht da, jetzt will er da sein Schild. Ja, ist gut. Hier ist mein Kleiner. Hier, ihr kümmert euch um die. Ich sag, er fällt mir auch nicht tot. Gar nichts. Ich muss den mal... Also, ich mach mal. Da beflitzen sie halt rum wie so ein kleiner... ...Lemming auf Drogen. Oh, dieser Mann, der ist ja schon. Der Scheiße. Ihr seht, die, äh, allein die, äh... ... die Scorpen machen. So viel Karten bei denen. Deswegen immer schön Scorpen mitnehmen gegen Elder. Das mögen sie am wenigsten. ...Ding, er war immer ein bisschen... ...Damage Teams, beginn Repairs, now! Oh, jetzt haben wir ihn gleich. Dann wollen wir uns um den Rest kümmern. Ah, brennt du wieder. Zum Kratzen. Ich schaff das nicht mehr. Es ist so zum Kratzen. Nein. Ah, ganz knapp nicht geschafft. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Hm. Das ist jetzt doof. Das ist richtig doof. So ein Müll hat's gefehlt. So ein Müll. Aber ihr seht, was ich schon gesagt habe. Gegen Elder sind, ähm... ...Escort-Schiffe erst noch ein Plus Ultra. Weil die reichen einfach. Mein Fehler war jetzt wahrscheinlich, dass ich das große Schiff mitgenommen habe. Weil das fressen sie. Und damit drei verlorene Welten. Oh, Mann. Na, ja, trotzdem Zug beenden. Schauen wir uns das Grauen mal an. Nächste Runde. Ja. ich habe transfert die Eye of Night zu meinem Vessel, und wir sind bereit, zu departen von Ornsworld. Ihr orders sind zu escuchen meine Schiff aus dem System und zu defend uns gegen keine Chaos-Khaos-Forsen. Ich habe set eine course near dem System's Primary Star in order zu masken unsere Schiff aus dem敗. die Relik muss nicht in enemy Hand fallen. Wenn Abaddon das Eye of Night riecht, he will carry out his vile scheme and the sector will pay the price. repariert. 180 habe ich. Da kriegt der Overlord erstmal einen Meisterschützen. Ich weiß nicht, warum ich es immer mache, aber ich mache es. Da haben wir ganz viele Fähigkeiten zu vergeben. Nicht genug Kohle. Das ist ein Scheiß. Kann man uns alles nicht leisten. Echt jetzt? Oh, kostet 200. Echt jetzt? Äh, ist doch doof. Ist doch doof. Wo kann man da hin? Äh, ist das denn immer? Auch 105. Dann den Notkondensator. Äh, kann der haben. Ah, der hat auch zwei Upgrades. Äh, was hatte das Schiff? Oder haben die Kalkaxt? Ach, der hatte nur Lanzen. Gut. Muss man ja bedenken bei seinen Upgrades, ne? Auf jeden Fall kriegt er auch den Notkondensator. Und ich kann mir die Upgrades nicht mehr leisten. Yay, kann ich auch noch eine Fertigkeit verzeihen. Gibt er noch das? Mal sehen, ist wichtig in dem Spiel. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. So, damit sind wir vorbereitet. dem Inquisitor mal wieder den Arsch zu retten. Der Planeter ist ja mal Ender. Cool. Ihr seht schon, es wird ein Gegenangriff. Ja, und damit verabschiede ich mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Stabsmon. Und dann auf zurück nach Ornsworld.